Hallo, wir sind hier in den MacMedia Studios des Landesinstituts für Schule. Bei uns findet heute der Girls' Day Boys' Day, also der Zukunftstag, statt. Es sind 16 Jugendliche da, die arbeiten in vier Gruppen und die Mädchen stellen Berufe vor, die vor allen Dingen von Männern gewählt werden und die Jungs wiederum stellen Berufe vor, die von Mädchen häufig ausgewählt werden. Das heißt, wir haben vier Gruppen und es werden vier Berufe vorgestellt. Das ist zum Beispiel der Beruf des Floristen, der Beruf der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, der Beruf der Gebäudereinigerin und es wird der Beruf der Game-Designerin vorgestellt. Die Jugendlichen erstellen dabei kleine Reportagen zu diesen Berufen. Und außerdem haben wir auch noch am Start ein Social Media Team. Das sind Liene und Kilian, die ganz viele Instagram Stories auf unserem Account erstellt haben. Der heißt MacMedia Bremen. Hier sieht man die Gruppe, die den Beruf der Floristen vorstellen, wie sie ihren Film drehen. Hier sehen wir die Gruppe mit den Gebäudereinigern und die besprechen sich gerade, wen sie interviewen wollen und was sie fragen wollen. Hier haben wir zwei ältere Personen, die von der Gruppe der Gebäudereiniger interviewt werden. Also es werden ihm Fragen gestellt, wie man hier ganz offensichtlich sieht. Ja. Dort ist die Gruppe der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, die sich gerade besprechen, was sie als nächstes machen. So. Hier schneidet die Gruppe von eben jetzt noch ihre Videos zu Ende und gleich ist es dann noch fertig. Und dann geht's die Gruppe von der 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 Gruppe. Und dann wieder unten zurückgehen. Gee'te gut. But die Gruppe von der Gruppe von der Gruppe von der Gruppe. Also G Nuke, gibt es die Gruppe von der Gruppe von der Gruppe von der Gruppe von der Gruppe. Vielen Dank.